Wenn man das für die Anwaltskanzlei auszeichnen kann, dann ist es sicher, dass es eine Cloud-Lösung ist, die in der Schweiz von einem Schweizer Unternehmer betrieb. Mein Name ist David Schwaninger. Ich bin Rechtsanwalt und Partner bei Blum & Grob Rechtsanwalt. Ich bin dort zuständig für das Bau- und Immobilrechte und für das Immaterialgüter- und IT-Rechte. Die Ursprünge der Kanzlei gehen etwa 50 Jahre zurück. Die heutige Kanzlei Blum & Grob Rechtsanwalt ist im Jahr 2008 gegründet und seitdem auch hier in Zürich. Wir bedienen Klientinnen und Klienten, das heisst auch sowohl private als auch Unternehmen, in Verhandlungen, aber auch von Gericht zu betreten. Es geht um Wirtschaftsrechte, aber auch um private Anliegen. In diesen Bereichen sind wir dann mit speziellen Teams unterwegs. Mit der zunehmenden Digitalisierung stehen Anwälte auch immer mehr unter Effizienzdruck. Es geht darum, ganze Abläufe zu automatisieren, wo immer es möglich ist, weil der Leistungsdruck, der Kostendruck wird auf die Anwaltschaft zu nehmen. Und das kann man nur, wenn man die Prozesse automatisiert und vereinfacht. Die Beratung selbstverständlich und die Vertretung werden immer noch persönlich sein, aber die Hilfsmittel, die werden uns helfen, effizienter zu arbeiten. Biomacrop wusste vor etwa vier Jahren, dass die Dommalung im Einsatz stehende Software end-of-life ist und ersetzt werden muss. Ein wesentlicher Grund war, dass wir uns entschieden haben, auf eine Cloud-Lösung zu wechseln, sodass es ein Anbieter sein muss, der in der Schweiz ist, wo wir die Sicherheit haben, dass die Daten in der Schweiz gespeichert und bearbeitet werden. Dazu ist auch nach einer Selektion und einer Auswahl mit mehreren Mitarbeitern die ganze Menüführung gekommen, das Look & Feel, und die Möglichkeit, auch ganz wichtig, eine ganzheitliche Lösung zu haben, wo man eben die meisten Prozesse einer Kanzlei abdeckt, nämlich von der Faktorierung, Zeiterfassung, Dokumentenmanagement in einer Software vereinigt ist. Die Herausforderung aus meiner Sicht war, wie wir unsere gelebten Prozesse ins neue System übernehmen können und vor allem, wo macht das keinen Sinn mehr. Das ist darum bedingt, dass die relevanten Rollen und auch die Entscheidungsträger beim Gestalten der Prozesse mitgewirkt haben. Das braucht natürlich ein wenig Zeit, aber es ist eine wertvolle Zeit. Was mir persönlich aufgefallen ist, wo sehr viel davon unterwegs arbeitet, ist, dass ich, auch wenn ich keinen Empfang habe, weiter in meinen Dokumenten arbeiten kann und dann auch das automatisch synchronisiert wird, sobald ich wieder Verbindung habe. Ich würde EXAS diesen Unternehmen weiterempfehlen, die Cloud-basiert arbeiten wollen, aber Wert auflegen, dass die ganze Infrastruktur dieser Cloud in der Schweiz ist. Etwas, das auch für Anwälte sehr wichtig ist.